Liebe vierte Klasse, heute fahren wir mit der Lektion 3 fort und sprechen über die Haustiere. Der Hund, der Goldfisch, der Kanarenvogel, der Hamster, der Hamster. Das Meerschweinchen, das Kaninchen, das Pferd, die Katze, die Schildkröte, die Schildkröte. Die Plural Hunde, die Plural Goldfische, die Plural Kanarenvögel, die Plural Hamster. Die Plural Meerschweinchen, die Plural Kaninchen. Die Plural Pferde, die Plural Katzen, die Plural Schildkröten. So, der Wortschatz dieser Lektion ist Der Hund, der Goldfisch, der Kanarenvogel, der Hamster. Das Meerschweinchen, das Kaninchen, das Pferd, die Katze, die Schildkröte. Die Plural Hunde, die Plural Hunde, die Plural Goldfische, die Plural Kanarenvögel, die Plural Hamster, die Plural Meerschweinchen, die Plural Kaninchen, die Plural Pferde, die Plural Katzen, die Plural Schildkröten. Nominativ Was bedeutet Nominativ? Nominativ is a case and this case describes the subject. For example, der Hund ist groß. Das ist ein Hund. Das ist kein Hund. Hund hier is a subject. So, the sentences are in Nominativ. And in Nominativ, we don't change anything in the articles. We have there. Das, die, die Plural. This article is called Bestimta Article and mean the. And also we have ein. Ein, eine. This article is called Unbestimta Article and mean a or an. But we use ein for the words whose article there and das. Zum Beispiel, das ist ein Hund. This is a dog. Das ist ein Pferd. This is a horse. But we use eine for the words whose article there and das. Zum Beispiel, das ist eine Katze. For die Plural, we don't use ein or eine. We say, das sind Hunde. This are dogs without ein or eine. Das sind Hunde without ein or eine. Then for negation, we use Kain if you want to say not. For example, this is not a dog. If you want to say, this is not a dog, say, das ist kein Hund. And also we use Kain with the words whose article there and das. For example, das ist kein Hund. This is not a dog. Das ist kein Pferd. This is not a horse. And we use Kain with the words whose article there and also with the plural. For example, das ist kein Kats. This is not a cat. Das sind keine Hunde. They are not dogs. So, Kain for the words whose article there and das. For example, das ist kein Hund. Das ist kein Pferd. And Kain for the words whose article there and also for the plural. For example, das ist kein Kats. Das sind keine Hunde. Then we have accusative. Was bedeutet accusative? Accusative is a case and this case describes the object. For example, ich habe einen Hund. Hund here is an object. And because of verb haben, like in the sentence ich habe, the sentence here is in accusative. And in accusative, we have to change there to then and the ein of there to einen and the kein of there to keinen. So, the change only happens with there. Normal. There will change into then and the ein of there will change into einen and the kein of there will change into keinen. But when, when do you have to change? Yeah, when you find verb haben or any verb except verb sein in the sentence. For example, we say, Ich habe einen Hund. I have a dog. Ich habe keinen Hund. I don't have a dog. Here we change the ein of there to einen and the kein of there to keinen. Why? Because of the accusative. But we say, Ich habe einen Hund. I have a horse. Ich habe keinen Hund. I don't have a horse. Why we don't change here anything? Because the change only happens with there. But das. And the ein of das. And the kein of das remain the same. And also we say, Ich habe einen Hund. I have a cat. Ich habe keinen Hund. I don't have a cat. Why we don't change here anything? Because the change only happens with there. But die. And the ein of die. And the kein of die remain the same. And with the plural, we don't change anything also. We say, Ich habe geschwista. I have brothers and sisters. Ich habe keine geschwista. I don't have brothers and sisters. Okay? We don't change here anything. because the change only happens with there. So, when you find verb happen or any verb except verb sein in the sentence, it means that the sentence in accusative. And in this case, we have to change der to den and the ein of der to einen and the kein of der to keinen. So, we say, Ich habe einen Hund. Ich habe keinen Hund. But we say, Ich habe ein Pferd. Or, Ich habe kein Pferd. And we say, Ich habe eine Katze. Or, Ich habe keine Katze. And we say, Ich habe geschwista. Or, Ich habe keine geschwista. Ich habe eine Katze. Und we are jubelter. Ich habe deine Katze.